Bei Cooplus nutzen wir ganz normal zum Kommissionieren unserer Aufträge und für die Transportarbeitung und für unsere Kundenaufträge. Wir nutzen das als reines Lagerverwaltungssoftware. Aus meiner Sicht macht Cooplus für alle Sinn, die anfangen wollen, ihr Lager mehr zu digitalisieren, eine Lagerverwaltungssoftware einführen wollen als erstes und einfach auf eine einfache Oberfläche mit einer einfachen Bedingung auf Wertlängen und sowas einfach haben wollen. Wir sind bei der letzten Logimat im letzten Jahr auf Cooplus aufmerksam geworden und setzen die Warehouse-Management-Solution für den Piloten gerade ein und nutzen es insbesondere für kleine Kunden, die schnell hochgefahren werden müssen. Die schnelle Verfügbarkeit, intuitive Bedienung und wirklich, dass wir sehr schnell Ramp-up fahren können. Für jeden, der eine Lösung braucht, um schnell eine einfache Lageranmeldung zu starten und sehr flexibel sein will in der Skalierbarkeit.